da habe ich gerade die neue strebe eingepasst und die werde ich jetzt festschweißen und dann ist der rahmen soweit wieder fit ach nee 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 eins fehlt noch ich muss noch auf der anderen seite diese halterung wieder drauf schweißen die gehört hier noch hin da und dann ist es fertig hallo lieber radenfreaks herzlich willkommen zu einem neuen video vom radenfreak was machen wir heute wir werden heute die letzten metallteile vorbereiten für das lackieren als allererstes muss ich jetzt hier den rahmen schweißen dann muss ich noch ein kugellager runter hauen und dann alle teile auf den hänger packen viel spaß dabei ja ja krasch mal raus augen zu schutzfass auf natürlich geht immer in solchen entscheidenden momenten der akku ja also ich habe tatsächlich geschweißt können wir gucken ja nicht schlecht ja wilde kamerafahrt jetzt so weit ich noch die ecke handschuhe man muss sich komplett schützen möglichst nur baumwolle tragen weil diese harte uv-strahlung ist sehr ungesund so dass es nicht wieder aus genau so grundschuldig aus wie die andere Seite jetzt kippen wir hoch jetzt muss ich noch auf einer Seite schweißen jetzt schleife ich auch mal kurz rüber dann werde ich einen guten kontakt haben Oh Loch geschweißt wieder ausgegangen schade schweißer wieder zu jetzt habe ich hier noch diesen diesen halter der muss jetzt wieder aufgeschweißt werden natürlich nur bis so dass der wie drüben passt dazu lege ich idealerweise doch noch mal die ja das wäre schon nicht dumm noch mal die die haube rauf zu packen ja da muss man ja drauf ich mache jetzt ein bisschen sauber lang schleifen und kontakt haben und dann wird dann wieder schock hier aufgeschweißt so so freaks ich setze jetzt halt hier die die kiste drauf da kommt die rein so da ist jetzt hier das teil rein zu setzen hier genau an der stelle ich gehe noch ein bisschen weiter rüber ok ok der schließt hinten bündig ab steht jetzt hier komplett über die dritten aus aha also hinten bündig ok hinten bündig dann ist da vorne genau richtig ja cool genau da und da schick das sieht ja schon gut aus soll ich das in eins lackieren was meint ihr soll ich das alles in einem lackieren schwarz rot und hier kommt dann das ist natürlich doof hier mit der Riffelung was natürlich cool ist dass man sich da so drauf stellen kann das ist natürlich echt cool leining gut Made reicht also mal testen wir müssen es wieder abschneiden wir müssen es wieder runterschneiden perfekt genau in der mitte das ist gut gut das gefällt mir nicht ja ja das muss einfach schön aussehen ach herrlich so finaler test sehr gut jetzt hauen wir ihn hier noch ein bisschen runter so Das war's. Das war's. Das war's. So, liebe Rahmenfreaks, das war's jetzt mal soweit. Und jetzt haben wir den Rahmen echt fertig. Der Rahmen ist fertig. Cool, dass ihr dabei wart. Ich freue mich auf euch im nächsten Video. Macht's gut. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020